Alles klar und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars. Die komplette Saga. Letztes Kapitel, Kapitel, ne Quatsch. Letzte Episode. Episode 6, Kapitel 3. Schlitten Showdown. Schlitten? Schlitten? Ich glaube Schlitten. Schlitten? 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 Ah, seine Karre bockt. Oh. Okay, da sind wir, genau. Und wir haben mit dabei Luke Skywalker. So, alles klar. Also ich muss da erstmal so drauf, damit er... Warte mal, was ist denn mit den Dingern da? Kann man nicht kaputt machen? Okay. Ja, da los. Auch hier. Zack. Ah, lang ist das. Also, wenn man mit mir um was verhandeln will, ihr könnt alles nehmen, aber keine Stats. Alles meins. Alles meins. Los, komm auf. Ah, zack. Ja, läuft. Okay. Okay, so ein Pad. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Ach, diese Mission ist das. Ja, okay, Leute. Also, dieses Level besteht aus mehreren Passagen. Im Endeffekt tut man eigentlich nur das Gleiche und zwar mit diesen Podstar oder wie die Dinger sich nennen. Eine Passage nach der anderen durchzuspielen. Ähm, das ist halt hier nötig. Da muss man dann genau, wollte ich gerade sagen, da kommen dann so ein paar Leute und die muss man halt abknallen. Dann kommt man wieder in die gleiche Passage rein und von dort aus geht es dann wieder weiter in die nächste Passage und so weiter und so weiter und so fort. So, ah, voll gegen. Ah, wieder voll gegen. Oh, 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 oh. Erstmal ein ganzes Müll hier aus dem Weg ran. Ah, wieder voll gegen. Was war denn das denn jetzt? Stirb, Mann. Genau, und seht ihr da, sind wir wieder da. So, den kurz genommen, aber ich glaube, der hält nicht lange. Au. Scheiße, die ganzen schönsten Statsweise. Dann nehme ich mal, oh, ich wollte gerade sagen, dann nehme ich mal Prinzessin Leia, weil die hat ja so ein Blashtel. Ah, aber das bringt auch nichts. Raus sei jetzt hier. Genug rumgespielt. Okay. So, irgendwas muss ich moken. Genau, so eine Teile hier. Die kann man allerdings nur mit diesen AT-ATs oder sowas. Ich weiß nicht, wie man die Dinger nicht. AT-ATs, nur damit kann man das kaputt machen. Leider. Und weiter geht's. So, einen habe ich schon getötet. Keine Ahnung wie. Aber da sage ich nicht nein zu. Alter. Ach, scheiße auf die Stats, ganz ehrlich. Ich ziehe jetzt durch. estão und weiter geht's. Think M senators. Hey, ich weiß nicht im Wanderk Tempo. ivor. Nicht solo. 介agt, nicht legislative nicht hacked. aber, glaube ich. Und hinterforkaum. Ich komme damit bitte schön. Ich komme bis bald, das良Seite. So, jetzt hab ich dich. Ja, scheinbar müssen wir uns, wenn ich jetzt so sehe, da sind schon so ne Füße von diesem AT-AT oder was auch immer. Das heißt wohl, wir müssen uns wieder eins zusammenbauen. Ihr seid so ne Nervbolzen, ehrlich. Okay, und da haben wir einen. Den brauchen wir. Feuer frei. Nicht da drauf. Da drauf, genau. So, noch zwei. Ja, das ist auf jeden Fall eine Mission, die ein bisschen länger dauert, aber was soll's. Dann wären die Jungs hier bloß nicht. Die sind echt am Nerven. Okay, dann haben wir das auch wieder hinter uns. Ja, ist runter von deinem Moppet. Na, geht doch. Wo sind die letzten beiden? Oder was heißt die letzten beiden? Einmal geht ja noch. Einmal muss noch. Nach dem hier. Zack, 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 zack. Jetzt hab ich dich. Okay, und da sind wir wieder. Na, im groben Ganzen immer das Gleiche. So, immer drauf. Scheißegal, was die anderen da machen. Zack. Einer weniger. So, letztes Mal. Ja, ihr könnt mich ruhig töten. Ich hab sowieso keine Stats mehr. Ich hab dich noch mitgenommen. Und du bist weg. Fehlen noch drei. Bam. Hab ich dich. So, und the last but not least. Na, der ist nicht schlecht. Der hat's drauf. Er weicht gut aus. Aber es wird ihn mich retten. Siehste. Tolle Sache. Das hast du jetzt davon. Ich hab dich. Fertig. Bewegung, Bewegung. Ich höre sie doch schon von Weitem. Die Stormtroopers, das sind sie aber schon. Die kaputt gemacht. Brücke gebaut und dann müssen wir mit dem Kollegen hier rüber, weil da ist nämlich das letzte Teil, oder dieser letzte Generator, Schildgenerator. Dann schmeckt man durch. Und damit ist offen. Schildgenerator. 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 Boah, der Wegen ist ein bisschen kneter Und da habt ihr schon gesehen, äh, der andere rote Stein Aber dazu später mehr Und ihr seht schon, hier kann man auch wieder lang alles kaputt machen Also auch, äh, eine recht gute Passage, um sehr, sehr viele Stats zu sammeln Aber da gibt es bessere Levels So, was ist mit dir los da hinten? Achso Teile ausmachen, okay Au! Perfekter Treffer, ehrlich, perfekter Treffer Oh! 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 Und rein in die Bude Oh ja, alles was ich zerstöre, kriege ich sofort aufs Konto, oder was? Nee Scheinbar nicht Die rechts unten hab ich verloren Die Stats So, rausgesprungen aus dem Gerät Und dann geht es nämlich weiter Und dann geht es nämlich weiter Genau Ja! Hammer! Den wollte er nochmal haben Einmal wollte er mich nochmal töten Ja man Und das war Dieses Level Ja, damit brauchst du mir gar nicht ankommen Wahre Jedi Hör bloß auf Es ist auf jeden Fall möglich Aber nicht wenn man die ganze Zeit da stirbt Das funktioniert so nicht Aber dafür gibt es ja die roten Steine später Okay Bis zum nächsten Mal Und tschüss